Hey Leute, ich bin Säure Bahran und wieso sind hier meine Hintergründe so geil? Fragt euch sicher. So, das kann ich euch zeigen. Und wieso steht hier nicht Box 1? 2. Weil hier ja Box 2 steht. Dafür gibt es einen einfachen Grund. Ja, nicht mit der Kiste, äh nicht mit der Box. Ihr klickt hier drauf A, dann klickt ihr auf dem Motiv. Könnt ihr hier diese, könnt ihr hier, äh, da, hier über die Motive anschauen und wie ich dieses Kurem-Motiv gemacht habe. So, bei Spezialmotive gibt es hier so ein paar halt nur Spezialmotive benutzt. Hier haben wir Kurem 1, das habe ich gewählt. Und dann Kurem 2, das ist das weiße Kurem und das ist das schwarze Kurem. Hier gibt es auch Rechiram und Zekrom. Dann, äh, wie habe ich dann den Namen verändert? Ah, nicht Motive. Hier. Ihr seht's wahrscheinlich schon. Name. Ich kann jetzt den Namen ändern, tue ich aber nicht, weil Box 2 mir schon passt. Ich wollte, ich hab das hier halt vorbereitet und ich lass es auch so, weil ich das cool finde. Und, das ist auch ein Spezialmotiv, gell? Das ist auch eins. Und, das war's mit diesem Mimp-Video. Das war's mit dem Mimp-Video. Das war's mit dem Mimp-Video. Vielen Dank.